In Marokko essen sie Schnecken. Das ist eine Spezialität hier in Marokko und das muss ich unbedingt probieren. Nein, danke, Bruder, danke. Kennst du, wo Schnecken zu essen? Schnecken zu essen? Hier? Okay, und? Just straight? Ja, genau. Okay, okay. Shukran, Shukran. Alright. Einfach geradeaus, sagt er. Ich habe in meinem Leben noch nie Schnecken probiert. Ich hoffe mal, die schmecken gut. Hey, don't touch me. Fuck, man. Die sind echt manchmal dreist hier, Alter. Okay, auf der Suche nach Schnecken. Also, mein Airbnb-Host meinte, ist direkt bei den Saftläden. So, wo sind die Schnecken? Gib mir ein paar Schnecken. Ich habe Bock auf Schnecken. I want to eat snails. Snails? Snails? What do you want snails, brother? To eat snails? Do you speak in Arabic? La. La. Oh. Snails. Snails to eat. Okay, fruit. No. Ich habe schon einfach ein Bild von der Schnecke gezeigt. How is the word snails in Arabic? Ja. Deutsch. We speak in English. We speak in English. We speak in English. We speak in English. I am speaking a little bit English. Ah, okay. Deutsch is the best. Okay. Yeah, yeah, yeah. Do you speak in English? Come on, brother. What's your problem, brother? What are you going to do? Brother, this is good. My friend is very good. Yeah, brother. Tastes good? Tastes good? Yeah, yeah. Tastes good. Okay, the food is just... Ah! Yeah! My friend. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, brother. Can I taste some snails? Yeah. Gale, Leute, alter. And how to eat? How to eat? How to eat? Ah, ok Guys, ich habe in meinem Leben noch nie Schnecken probiert, noch nie. Das war hier kurz justieren, ok, so sieht das ganze aus und das wird folgendermaßen gegessen und zwar man schnappt sich die so. Boah, schon klebrige Angelegenheit. Hat die Konsistenz von, also um ehrlich zu sein, hat die Konsistenz von so Muscheln oder sowas. Aber schmeckt ziemlich geil. So sieht das ganze aus, Alter. Schmeckt ein bisschen auch wie so Fischgehirn. Boah, ist schon ein bisschen ekelhaft irgendwie. Boah, aber ich glaube, ich bekomme nicht mehr runter. Boah, fuck. Ich glaube, mir wird gerade ein bisschen schlecht. Ich probiere es weiterhin. Guckt es euch an. Boah. 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 Boah, da gebe ich mir das. 问 ich mal eine kleine bisschen짜. Yeah, thank you. Ich habe mir jetzt ein bisschen so Zeug drauf kippen lassen. Really? Like this? Okay. 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 It's good. It's good. It's good. Ey, verrückt. Das Zeug ist einfach... Ich weiß auch nicht. Das ist so schwierig irgendwie. Weil man halt diese Schnecken die ganze Zeit sieht. Aber den Geschmack nicht erwartet, dass das eigentlich ganz gut schmeckt. So kommt das Zeug raus, ey. Und dann hat er gesagt, muss man das schlürfen, ne? Doch. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Like this? Oh, man. But do you cook it, right? Cooktail, cooktail. Oh, great. Good like. Thank you, thank you. Merci. Shukran. I forget to pay you. Okay, das ist kein Problem. Okay, Alter. Schnecken habe ich mir reingezogen. Ich hoffe mal, die kann ich auch drin behalten. Boah. Weil im ersten Moment war das eigentlich schon ein bisschen ekelhaft irgendwie. Wenn du erstmal siehst, dass du Schnecken isst, ist das ja für einen total ungewöhnlich. Und normalerweise empfindet man das irgendwie ekelhaft. Aber sobald man die gegessen hat, ist das so quasi, der Geschmack kommt mir irgendwie bekannt vor, denkt man sich dann. Und ja, war eigentlich in Ordnung. Also, kann man machen auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich zurück zu dem Choya, der mir den Weg gezeigt hat. Und ich würde bei dem auch sagen, Choya. Wow, mein Freund. Willkommen zu Marrakesh. Willkommen zu mir. Was ist dein Name? Vladi. Oh, schön, Vladi. Willkommen. Was ist dein Name? Das ist Marwan. Danke. Willkommen zu Marrakesh. Habibi, Habibi. Willkommen zu Marrakesh. Willkommen zu Marrakesh. Willkommen zu mir. Willkommen zu mir. Willkommen zu mir. Willkommen zu mir. Ich danke, mein Freund. Deutsch ist der Best. Deutsch ist sehr toll. Es ist immer noch Deutsch, willkommen zu Marrakesh, willkommen zu mir, am liebem Habibi, willkommen zu Marrakesh, willkommen! Danke sehr. Bye. Alter, was ein geiler Typ, ey. So. Aber ich brauche jetzt dieses Outfit für die Wüste auf jeden Fall. Das ist eine Wüste. Ich will dir einen Blüten wie das oder einen Blüten? Nein, ich will nicht diesen Blüten. Das ist ein Blüten? Nein, nein. Das ist ein Verbrecht. Ich brauche einen Blüten. Ich brauche zwei Stück, aber mit einem langen Sleeve. Das ist ein Blüten, aber mit einem langen Sleeve. Ich brauche das, was ihr? Das ist ein Blüten. Ah, das ist besser, ja. Kannst du versuchen? Ist das, was du sagst? Das ist ein Blüten? Was ist ein Blüten? Was ist ein Blüten? Ja, ja, das ist ein Blüten. Das ist ein Blüten. Blüten. Nein, das ist Blüten. Nein, nein, das ist Blüten. Wirklich? Ja. Wie viel für beide? Für diese? Mit Skarfe oder ohne Skarfe? Ja, mit allem. Mit diesem und... Hast du für die Wüste? Ja, ja. Ja, das ist eine Blüten und Turbone. Turbone ist ein Blüten. Du siehst ein Blüten oder Blüten? Was hast du? Welche Farben? Wie viel? Nein. Diese, diese. Ja, ich bin. Wie viel für diese? Ich brauche jetzt zwei Schrauben. Okay. Okay. Du hast bereits in Marzouga gezogen? Ah, du gehst in Marzouga? Das ist meine Stadt. Ja, wirklich? Ja, ich bin von Marzouga. Du hast Freunde da? Ja, denn die alten Menschen in Marzouga sind so. Ich habe Touristen in Marzouga. Du hast Freunde in Marzouga? Ich habe meine Mutter, meine Kinder, ich habe einen Mann und eine Frau in meiner Familie. Das ist wie es aussieht, nicht wahr? Ja, mit Kamel, du kannst du es so machen. Okay. Mit Kamel, aber ohne das, das ist das. Okay, wie viel für alles? Für alles? 8.50 Euro. Das ist gut. Nein. Das ist 9.50 Euro, aber ich mache dir nur 8.50 Euro. Nein, nein. 900 Euro ist viel zu viel. Nein, ich mache dir nur 8.50 Euro, das ist gut. 8.50 Euro ist auch zu viel. Für diese beiden? Diese beiden? 150 Euro und 50 Euro für diese. Alles in allem 200 Euro. Wie viel ist dein Preis für alle? Für alle? Ja. 250 Euro. Mein Freund. Für alle. Nein, das ist ein guter Preis. Das sind 25 Euro, das ist ein guter Preis. Für alle ist ein guter Preis. Aber 800 Euro... Du weißt, nur dieser in einer anderen Shop? Das ist ein guter Preis. Nein, nein. Du weißt, 250 Euro, 200 Euro. Nein, nein. Das und das zusammen, ich kann da für 250 Euro. 250 Euro, wie das? Nein, nein, nein. Es war da. Nein, nein, nein. Ich habe diese Farbe. Die gleiche Farbe. Okay, okay. Die gleiche Farbe, aber in diesem Material. Es ist ein guter Preis. Das ist ein guter Preis. Wie viel hast du das? Unmal mehr? Einmal mehr? Einmal für mich. Einmal für 200 Euro. Einmal für jede Hand. Das ist ein guter Preis. Du bist, du bist, du bist. Aber du wißt du, ich weiß, es ist ein guter Preis. Du wißt, du wißt du es ein guter Preis? Nein, ist ein guter mileage. Diese Materialien ist ein bisschen kostenlos. Der zweite Qualität. Aber du hast so getauscht. Du hast diese Erfahrung kennengelernt. Ja, das ist ein guter. Warum? 850 Dirium. Das ist 85 Euro. Das ist sehr, sehr gross. Ich mache dir 700. Nein. Nein. Du willst diesen? Nein. Show mir. Das? Nein. Das ist ein guter. Das ist Lernal. Das ist ein guter. Nein. Ich will das alles zusammen. Das ist ein sehr grosses Preis. Für dich und für mich. Ich habe schon gesagt. 260. 260. Ein bisschen mehr als 400 Euro. Ein bisschen mehr als 400 Euro. Nein. Ich will das. Für dich mit dir 500 Euro. Nur für dich. Nein. Was ist dein letzte Offer? Mein letzte Offer? 280 Euro. 10 Euro. Es ist ein guter. Ich weiß, dass es ein guter Preis ist. Es ist wie in Morroko. Es ist ein bisschen sehr stark. Ich muss mit dir mit dir touchieren, aber du hast nicht profit. Wenn du ein wenig profit... Du bekommst für 280 Euro. Das ist ein guter Preis. Wenn du eine zweite Qualität hast, ich habe 20 Euro. Für die zweite Qualität habe ich 20 Euro. Nein. Es ist okay. Danke. 200 Euro. 280 Euro. Es ist mir 500 Euro. Nein. 200 Euro. 280 Euro. 280 Euro. Okay. 300 Euro. 400 Euro. Nein. 300 Euro ist mein kleiner Preis für alles. 300 Euro. 300 Euro. 450 Euro. 350 Euro. 300 Euro. 300 Euro. Come on. Es ist live live. Nein. Es ist nur Video. Ja. Ja. Das ist gut. Russia. Deutschland. Germany. Munich? Munich? Nein. Köln. FC Köln. Ja. 15 Euro. Okay. Das ist gut? Das ist gut. Danke. Danke. Okay. Ich will das nehmen. 200 Euro für das. just kidding. Fanas Deid. Shoutout. Danke. Sie sind, wie du. Hast du auch. Tschüss. Okay. Das sind 30 Euro. Ich hab dafür bezahlt. Für das ganze Equipment. Aber ich glaube das ist ein guter Preis. Ich bleib jetzt noch ein paar Tage in Marrakesch. Mal gucken, ich weiß noch nicht, was ich hier noch mache die nächsten zwei Tage, weil eigentlich war geplant, dass ich schon morgen nach Merzuga fahre, aber jetzt musste ich umbuchen. Ja, mal gucken, was ich noch die nächsten zwei Tage hier mache, aber ich bin bald in der Wüste unterwegs. La, la joya. La joya. Okay, guys. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit den Schneckenessen. Boah, die Schnecken, ey. Das Video endet hier, doch das nächste kommt schon bald und wir sehen uns in the next one.